So, kleine Beratungsrunde, Briefing am Morgen. Anton, was meinst, wie wird es heute? Die Vögel singen. Und du hast springt schnupfen? Das Tagesorakel der Tiere. Shanti, wie wird es heute? Was meinst du? Bist du ein wenig müde? Am besten wieder ablegen. Oder? Was meinen ihr zwei? Kommen wir heute raus? Shanti liegt hin, er macht ihren Ruhigen. Da liege ich auch mal hin. Also ihr seht, ihr könnt den Tag ruhig angehen. Die Tiere haben gesprochen, das große Tierorakel von Shanti und Anton. Seid eindeutig. Chillt wen, genießt die Ruhe. Nehmt euch ein Beispiel an den Tieren. Habt's schön. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020